Eine Milliarde Euro in den Sand gesetzt? Diese Frage geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber trotz erneuter Mega-Investitionen in diesem Sommer kommt der FC Chelsea einfach nicht in die Gänge und wir fragen uns mal, wieso das so ist. Und damit Hallo zur dritten Ausgabe Story of the Week für diese Saison mit mir, Philipp, und wir kümmern uns heute mal um die größte Baustelle im Weltfußball, glaube ich, um den FC Chelsea. Am Wochenende, da gab es eine 1 zu 3 Pleite bei West Ham United und die haben auch noch 20 Minuten in Unterzahl gespielt. Der FC Chelsea hat es trotzdem nicht geschafft, den ersten Saisonsieg einzufahren. Die stehen jetzt nach zwei Spielen mit einem Punkt da, Tabellenplatz 14 und vieles erinnert schon wieder an die Vorsaison. Das Spiel am Wochenende war so ein bisschen Sinnbild für die aktuelle Form des FC Chelsea. Sie spielen immer ganz okay, gegen Liverpool haben sie auch gut mitgehalten, aber irgendwas fehlt. Vorne zum Beispiel Neuzugang Jackson, der war bemüht, hat auch richtig viele Laufwege gemacht, aber hat eben kein Tor geschossen und das ist so ein bisschen das Grundproblem des FC Chelsea in den letzten Jahren. Sie haben einfach keinen treffsicheren Stürmer und ich weiß eben nicht, ob Jackson die richtige Wahl war. Enzo Fernandes ist auch ein ganz gutes Beispiel, wurde im letzten Sommer teuer verpflichtet und war gegen West Ham eigentlich ganz okay, aber es gab eben auch diese Szene kurz vor der Pause, da hat er nämlich einen Elfmeter verschossen. Es wäre das 2 zu 1 für den FC Chelsea gewesen. Ja und es sind immer so Nuancen, die da eben fehlen und die das Gesamtbild des Vereins irgendwie so unrund erscheinen lassen. Sprechen müssen wir natürlich auch noch über das Debüt des Rekordmanns über Moises Kai Sedo. Der kam in der 61. Minute, da wurde er eingewechselt und hat dann einen ziemlich gebrauchten Tag erwischt. Zunächst hat er sich nämlich einen fatalen Fehlpass geleistet, der schon das 3 zu 1 früher bedeutet hätte und dann hat er kurz vor dem Ende in der Nachspielzeit den entscheidenden Bock gemacht. Der hat nämlich Emerson im Strafraum von den Beinen geholt und den fälligen Elfmeter, den hat dann Lukas Paketa zum 3 zu 1 verwandelt. Und auch dieses Kai Sedo-Debüt passt irgendwie ins Bild des FC Chelsea. Man hat sich vor der Saison so viel vorgenommen, man hat wieder viel Geld für Spieler ausgegeben, hat einen neuen Trainer geholt, aber zusammenlaufen tut immer noch nichts. Todd Bowley, der Chelsea-Boss, der hat jetzt in den zwei vergangenen Transferperioden fast eine Milliarde Euro ausgegeben für neue Spieler. Logischerweise hat das kein anderer Verein in Europa geschafft in dieser Zeit. Und Fun Fact, nicht mal alle 20 spanischen Vereine haben das in der Summe ausgegeben. 600 Millionen Euro waren es im vergangenen Sommer, in diesem Sommer sind nochmal 400 Millionen Euro dazugekommen. Gut, man muss auch sagen, sie haben ziemlich viel Geld eingenommen. Sie haben zum Beispiel Kai Havertz an Arsenal London verkauft, Mason Mount an Manchester United oder Matteo Kovacic an Manchester City. Dazu haben sie noch ihre Kontakte nach Saudi-Arabien spielen lassen. Sie haben Conte, Mondi und Koulibaly in den Wüstenstaat verschifft, haben da noch richtig viel Geld für bekommen. Sprich, es gab eben diese horrenden Ausgaben, ja, aber man hat auch viel Geld eingenommen. Trotzdem ist dieser Kader irgendwie immer noch nicht fertig. Die ärmste Sau ist da eigentlich der neue Trainer Mauricio Pochettino. Der hat nämlich im Sommer diesen überladenen Kader überreicht bekommen, sag ich jetzt mal. Man musste viel ausmisten. Gut, er konnte jetzt so ein paar Spieler verpflichten, die er wirklich haben wollte, aber klar ist, dass da eben noch nicht alles funktionieren kann. Ja, woran hackt es beim FC Chelsea, wenn man sich mal den Kader anschaut? In der Innenverteidigung zum Beispiel, da ist Thiago Silva mit 38 immer noch der Abwehrboss und das, obwohl der auch schon seine besten Jahre hinter sich hat. Für mich fehlt da noch ein gestandener Innenverteidiger, wenn man jetzt mal ins Mittelfeld geht. Das finde ich eigentlich ziemlich vielversprechend. Ich habe die Jungen schon angesprochen, Enzo Fernandes und Moises Caicedo, aber dazu kam ja auch noch Romeo Lavia aus Southampton. Der hat auch nochmal über 60 Millionen Euro gekostet. Damit ist dieses Mittelfeld-Trio 322 Millionen Euro schwer. Enzo Fernandes 22, Moises Caicedo 21, Romeo Lavia 19. Ist auf jeden Fall ein entwicklungsfähiges und spannendes Mittelfeld. Gut, die drei müssen sich jetzt erstmal einspielen. Moises Caicedo hatte diesen Kurzeinsatz gegen West Ham. Lavia hat gegen West Ham noch gar nicht gespielt. Also die brauchen jetzt ein paar Wochen und dann bin ich echt gespannt, was die drei zeigen. Über die Stürmerproblematik haben wir ja bereits gesprochen. Jackson ist da im Sommer gekommen. Der 22-Jährige kam aus Villarreal, war da aber auch nicht so der richtige Knipser und ich hätte mir da eher so einen erfahrenen Goalgetter gewünscht auf dieser Position, weil nur junge Spieler finde ich jetzt auch nicht gut. Bitter aus Sicht des FC Chelsea ist natürlich, dass Christopher Nkunku ausfällt mit einer Knie-OP. Er war für mich der Königstransfer der Londoner eigentlich in diesem Sommer. Er hat mir bei RB Leipzig extrem gut gefallen, hat da auch viele Tore gemacht und diese Tore fehlen dem FC Chelsea aktuell. So, was machen wir jetzt mit dem FC Chelsea, mit diesem großen Klub? Ich glaube, wir müssen dem Ganzen mal ein bisschen Zeit geben, dem neuen Trainer, vor allem Mauricio Pochettino. Der muss die Mannschaft erstmal kennenlernen, der muss seine Spielidee vor allem implementieren. Ich glaube, er hat wirklich aktuell die anspruchsvollste Aufgabe im Weltfußball. Geduld ist also gefragt, wobei wir kennen den FC Chelsea, die Mechanismen, Ergebnisse müssen her, sonst könnte es auch für den neuen Trainer bald eng werden. Was meint ihr denn zum FC Chelsea? Muss man dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit geben, dass hier wieder ein Top-Team entstehen kann? Oder ist in der vergangenen Saison vielleicht zu viel kaputt gegangen und ist der FC Chelsea vielleicht nur noch ein Team, das im Mittelfeld der Liga mitspielt? Schreibt da gerne mal eure Meinungen unter die Folge. Ich bin sehr gespannt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Ausgabe Story of the Week. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Ausgabe Story of the Week.